Niemand folgt uns. Wir sind Lichtjahre von sämtlichen Imperialen entfernt. Was stimmt denn nicht? Wir haben die ganze Galaxis vor uns. Trotzdem weiß ich nicht wohin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Wir vereinen die Feinde des Imperators. Und ich brauche einen, der mich das lehrt, was Vader nicht konnte. Klingt, als jagten wir immer noch Jedi. Und ich glaube, ich weiß von einem, der vielleicht noch lebt. General Cota? Ja. Als wir kämpften, sagte er, sei Teil meiner Zukunft. Ich hoffe, das stimmt. Auf nach Nachhada. Ähm. Das wurde jetzt so. Und Prinzessin Lea Organa. Prinzessin Lea, es ist eine Ehre, eine Beobachterin vom Senat. Machen wir uns doch nichts vor, Käpt'n Stern. Wir beide wissen, dass ich als Geisel hier bin. Damit mein Vater nichts gegen das Imperium sagt. Dann kennen wir ja beide die Lage, Senatoren. Wenn euer Vater den Mund hält, werde ich euch natürlich beschützen. Wenn nicht, werdet ihr das bedauernswerte Opfer eines Wookie-Aufstands. Die Sklaven sind hirnlose Tiere. Zeigt mir jetzt mein Quartier. Wie ihr wünscht, Prinzessin. Oh oh. Das sieht stark nach der Gas-Kolonie in Westpinsal, oder? General Cota. Ich hab den Tisch bezahlt. Also, wer du auch bist, hau ab! Ich bin euch durch die Galaxis gefolgt. Von Nachhada bis die Ost. Wer bist du? Ein Kopfgeld, die Hände? Nein, nicht direkt. Ich denke, wir können einander helfen, Jedi. Ich bin kein Jedi. Nicht? Seit... Ich brauche euren Verstand, nicht die Augen. Und euer Wissen über den Kampf gegen das Imperium. Niemands besiegt das Imperium, Junge. Ihr solltet hoffen, dass ihr da irrt, General. Da ist er. Erledigt ihn. Da drüben. Bleibt sofort stehen. Nein. Ich will doch keine Ahnung. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Saus der Forza nicht. Juno, ihr müsst uns vor den Päten. Beschützt, Steiner oder Cota. Warum hat mir da ein blaues... Oh, Kerl, wohl in Reservelichtschwert. Oh, Verzeihung. Lass mich gerade nicht erst was, oder? Nein. Kommt der auch mit? Schöne Cota, bei Fuß. Oh, hier ist wieder ein bisschen was los. Boah, alle wollen mir wieder auf den Sack gehen. Habt ihr gewusst, dass hier oben was ist? Neck, Kristall. Ich finde äußerst interessant. Und du, mein kleiner Nupsi da. Du gehst mehr als richtig auf den Keks. Haben wir es jetzt an den Licht? Ja, ich glaube, das war es mit dem. Ich glaube, der sagt nichts mehr. Mein lieber Channel da. Sei so gut und folge mir, weil du was willst du? Nix da. Gefällt mir. Hoi! Ich habe ein bisschen so Glas geputt gemacht. Ich glaube, das macht nichts so weiter. Witz. Instabiler Goldner Kristall. Ach komm. Wir haben schon gerade so doll sind und gerade die Sachen zu sehen. Warum denn nicht? Instabiler Goldner. Energie Kristall haben wir da auch vorhin einbekommen. Der da macht Kräfte, verbrauchen weniger. Oh ja! Wenn ich das schon höre. General Cota. Wo seid ihr? Hi! Moin noch kurz. Da gibt es aber noch was. Noch kurz, aber gibt es hier nicht auch irgendwas noch? Ah! Ja! Block einfach mal, weil du es kannst oder wie? Nix da. General Cota, warten Sie mal kurz hier eben, weil hier drüben gibt es nämlich etwas noch. Was ich gern noch mitnehmen möchte. Schauen steigt, okay. Ich sehe schon, aber von hier aus kam ich ja. Das ist ja kein Thema. Dumpida, 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 dumpida. Ja, das sieht mal eindeutig nach Bespin aus. Ja, niemand hat mir gesagt, dass ich es kann, aber ich kann es. Ich kann unendlich mal Lichtschwert werfen. Schön. Spielzeug. Spielzeug ist immer schön. Kann ich hier irgendwas oben holen? Nein. Oh ja. Boing! Ja, aber es ist alles klar. Hier. Oh! Auf Wiedersehen. Guten Flug. Na, alle Imperialen. Auf der anliegenden Plattform gibt es ein Dock. Hui! Karussell! Niemand betritt mein Karussell. Guck mal, ich will mit dir spielen. Guten Flug. Und auf Wiedersehen. Mach das Schaden? Oh, das ist eine Menge Spielzeug. Da, 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 da. Oh. Verzeihung. Ach, äh, oh, Entschuldigung. Äh, ich war mir nicht ganz so sicher, ob man es aufhalten kann. Scheint aber leider nicht so sein. Gibt es hier noch was zu holen auf der Plattform? Auf den Rohr nirgendwo, na, scheint mir grad nicht so zu sein. Nope. Not really. Ja. Ah, wollt ihr ein bisschen spielen? Fangt. Weil ich so böse bin. Uuuuuh. Hui. Ja, bitte. Oh ja, komm her, mein Kleiner. Was mach ich mit dir? Ich putz mir den mal im Boden. Oh, lol, 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 lol. Hält sich fest. Wah, 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 wah. Alter. So. Boing. Boing. wieder ein Flieger hier gibt es auch was ja war das so klar Es war sowas von klar. Es war sowas von klar, dass hier irgendwas ist. Instabiler gelber Kristall. Alter, ein gelber Kristall. Der ist neu. Wenn ich es richtig zugemüllt bin, bin ich ja nicht mit Kristallen. Äh, Instabiler gelber Kristall. Gelber Kristall. Gelber Kristall ist toll. Gelb ist auch sehr schön. Kann ich die... Alter. Nein, 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 nein. Alter, das war doch ein bisschen knapper. Bevor ich mich... Bevor er mich hier endgültig nervt. So. Äh, haben wir ein bisschen weg hier gemacht. Da ist auch nichts mehr. Nichts mehr, was ich eventuell vermissen könnte. das passt eigentlich ich glaube wir können auch wieder hier untergehen schon eine kota uli was schön aus hier was sollen sie ruhig herkommen ist klar happy peter wieder schön hier muss ein empfang guckt mal als jemand gelandet kommt die fresse dann wisst ihr was ich da mache schmeißt euch jetzt gleich irgendwas weg mit dir die aua du kannst kann ich auch oh gott noch mal so ein vieh es scheint ja ein richtiger spaß zu werden eins kommt schon kommt schon kommt schon oh nein mit euch habe ich gar keinen bock jetzt zu spielen aber okay wenn ihr es wollt dann machen wir das halt so boing der deb da drüben wird bestimmt wieder was noch nicht schmeißen hier kann ja 1 und 2 und noch mal da bisschen licht wird noch mal wie viel hält der dreck bitte aus und wie viel hältst du auf wiedersehen schule reise denn wir auch schon mal wieder aber erstmal ruhe irgendwie oder kann ich da was machen und lalalalalalalalalalala was kommt jetzt jetzt wollen sie es mir aber richtig geben jetzt kommt der big boss angst haben kann irgendwas tolles okay was willst du tun ich kann fliegen weil ich bin super ich will ach du kannst auch mit blutzen um die schießen ist ja schön könnt ihr das bitte auch ohne deine hallo hebt er mich einfach hoch manchmal ein zweikampf machen und dann muck dir so ein bob darum nicht war mein kleiner nupsi hier na was kannst du nun davon da fangen wir uns jetzt an mit gegenstand zu beschmeißen okay alles klar wenn es weiter nichts ist ich hab da gerade eine schöne idee ich hab da gerade eine sehr schöne idee der müsste ja hat das ding auch noch von dem aimbot oder was hier und da kommen noch ein bisschen durch nur sehen dann meine kleinen euglein jetzt nix aber ich schnapp mir das da jetzt lasst mich doch mal in ruhe weil jetzt hole ich mir diese power da unvergrenzt energie kam herrn auf pop sondern da na na kommste auf jetzt geht es ja richtig rund ich glaube das steht nicht mehr auf oder alles hirn gespinste junge die armee des imperators ist unendlich sie werden dich vernichten oder schlimmeres nichts wird sich ändern nein ihr solltet kämpfen sterben statt in der kantine zu ersaufen das ist natürlich ein argument ich weiß nicht ich habe einen kontakt im senat der dann nicht schwert gebrauchen kann die wolkenstadt wolkenstadt bespien ja so kann man auch wiederum nennen und so alles ja aber noch wunderbar und so wir haben nicht mal so unbedingt überlänge gemacht haben wir dafür eine menge machtkristalle bekommen und auch eine menge lichtschwertfarben und so alles deshalb leute schalte wieder ein wenn es heißt war was the force unleash meiner wenigkeit